Walik! Du träumst dich, Bruder! Mach die Augen auf! Mama, ich dachte, ich hab dich vergessen. Mich vergessen? Weißt du noch, Walik, wir hatten so eine schöne Zeit miteinander. Nach dem Essen. Komm, nimm mich einfach in deinen Mund und rauch mich, Walik. Ich hab dich voll vermisst. Wollum, sag nicht ständig niemand in die Mundbank. Ich bin ein verheirateter Mann, Alter. Und außerdem, ich kann nicht mehr. Ich hab damit aufgehört. Lann, halt deinen Fress und rauch mich endlich. Keiner kann mir widerstehen. Juhu! I wanna touch your body. Guck mal, wie du mir schon anguckst. Aber ich hab doch bereits schon gesagt, ich kann wirklich nicht. Lann, wohin gehst du? Kommst du nicht? Lann, pisse weg! Warte, warte, warte. Ich hab grad allen Ernstes geträumt, wie ich dich für mich gefressen hab. Aber weißt du was? Ohlum, knick mich nicht. Ich rauch nicht mehr. Meinen Kindern zuliebe. Und meinen Schülern zuliebe. Du waffst das! Das wird so verrückt! Nein, ich weiß nicht, wie ich in den Kopf komme. Ich weiß nicht, wie ich in den Kopf komme. Ich komm und flicken lang. Zu Risiken und Nebenwirkungen. Hören Sie einfach auf zu rauchen. Also, ich weiß nicht, wie ich in den Kopf lasse ins doch festlegen kann. Ich habe da draußen gelassen. Ich bin mir jetzt auf den Kopf, die ich Annahme und habe dabei. Und dann, wenn ich in den Kopf komme, dann gelassen will. Und dann, wenn du ja, dann die Diener mal auf dem Kopf wäre. Untertitelung des ZDF, 2020